Was ist da hinten? Das läuft aber erstaunlich gut. Ich mein, klar, da brennt's ein bisschen. Aber wir haben schon irgendwelche Feuerdämonen und Feuerwesen totgeschlagen. Hallo? Ich mein... Ich kann einfach so im Feuer stehen. Nee, wollte ich grad sagen, das geht nicht. OBS? Nein. Wirklich? Ach, wirklich, OBS? Ach, komm, wir binden wieder. Aaaaaah. Gut, wir sind offlang. So, wir laufen nicht nochmal ins Feuer. Hätte das sein können, dass ich das auch überlebe, ich mein. Ich hab grad einen fucking Feuerdämonen mit Händen... Zwei Feuerdämonen mit fucking Händen kaputtgeschlagen. So, gucken wir mal, ob die Säfte jetzt funktioniert. Können's ja auch sein, dass ich einfach durchs Feuer laufen kann, weil... Warum denn nicht? So, ich bin wieder verbunden, vielleicht. Nee, das Laden funktioniert auch wunderbar. Sehr gut. Funktioniert ja alles. Also, wir können da runter oder wir können da hoch? Wollen wir hoch oder runter? Ich bin auch hier hoch. Gehen wir erst mal runter, ne? Ich bin gerade wieder müde schon wieder. Ich bin oft müde. Ich glaube, noch dieses Skelett-Tod, bevor wir schlafen gehen. Ich glaube, das ist ein Skelett. Wirklichkeit, kann man einfach mit denen reden und... Nee, ich glaub das. Ah, man halt sie hoffen. Okay, unten ist dunkel. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon runter will. Ich weiß, wie lange das hält. Und oben sind schon wieder Feuer-Täufel. Dämonen. Nicht zur Wechsel mit dem Flammenwesen. Egal, wir sind echte Männer. Wir schlagen die einfach mit so den Händen tot. Können Mark ja auch schlagen. Ja, aber die zählt wahrscheinlich nichts, was sie hinten stehen. Und die Wand ist natürlich auch wieder nix, aber... Ich guck mir das besser mal genauer an. Ich weiß nicht, dass ich was über siehe. Ich weiß nicht, dass ich sowieso werde. Ich blick bin wie sonst, ne? So, ich muss mich bald mal heilen, sonst bin ich bald mal tot. Obwohl, wenn sie seitlich von mir stehen, müssten die auch treffen, wenn ich seitlich schlage. Oh, ein bisschen shaky, okay. Wo sie jetzt hochgelaufen bin. Torch. Das war die richtige Entscheidung. Dann können wir jetzt wieder runterlaufen. Hier passt vermutlich nicht da bei den Skeletten rein. Ja, ich könnte mal eben. Wollte ich noch mehr speichern in den Amiga-Stecken? Da war auch kein anderes Tor mehr, oder? Nee, ich muss, glaub ich, schon eine runde Rüstung sein. Und da ist, ach so, das ist auch. So eine Art Magie haben die auch geschrieben. Ich guck besser noch mal nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Und ich glaub, irgendwann war nur noch das Skelett-Tor, das ich auch bekomme. Das ist auch ein Munglop-Spiel, vielleicht. Nein. Das ist eigentlich nicht angestellt. Moment, da war ja noch ein Aufhänger. Hier noch Traum. Ich spiele mir ständig vor, schreib, wo ich niedergelebt habe. So, ist das hier falsch oder der richtige Aufspiel? Nein, hier sind noch Gegner, also der richtige. Ich hoffe, ob das Feuer da unten von der Explosion stand, wie ich gehört habe. Ich hoffe, mir auch wogegen und um nach außen bekommen. Wo ist da Fragezeichen? Fragezeichen? Nein. Die Party wird nicht mehr. Schlafen wir mal kurz hier. Okay, soll ich einfach mal länger schlafen? Ich weiß nicht. Welche Entfernung kann ich dir irgendwie überschlagen? Das ist doch eine Begrenzung. Ich habe vorhin noch das Gefühl gehabt, dass der Einfeld weiter wegsteht, aber... Oh, ich darf mir auch mal in die Fresse. Oh, ich darf mir auch mal in die Fresse. Okay, aber passt schon. Soll ich da check noch einen? Hey. Vielleicht nur einen gebraucht, ey. Ich nehme mal auf zwei. Ich bin nur teuer. Und dann... Und dann... Ich bin nur... Ich bin nur... Ich bin nur... Ich kann das wieder studieren, wenn ich das nicht verstehe. Ob ich hier nicht torscht ist, warum brauche ich ihn dann nicht? Den Stein habe ich jetzt schon gesehen. Okay, man muss doch die Wände angucken. Oh Gott, hab ich... Aber ich habe jetzt schon wieder Sorgen, dass ich irgendwas gesehen habe. Ah, noch ein Skelett. Ich werde ruhig wieder fahren oder so. Ich glaube nicht. Gibt eine Ausrüstung. Oh Gott, oh Gott... Ich glaub mich jetzt schon dafür laufe, wenn das rein. Ah, die Tür aufkommt das Skelett raus. Ja, da scheinen wir einfach alles tot. Wer braucht schon Waffen? Das Spiel hat mir eh nur Essen gegeben, ich mein. Das ist mir das wichtigste, Essen. Waffen brauchen wir nicht. Wir haben noch unsere Fäuste, reicht doch. Jetzt krieg ich ne ekelhafte Waffe, was soll ich denn damit? Schwarz fort! So, warte mal kurz. Hm. Nicht ganz sicher, machst du nicht, ob ich lang schlafe, kurz schlafe. Man kann nämlich überall speichern, das ist auch schon viel wert, ne? Ich kann doch Essen noch schaffen, ist egal. Okay, das ist schon mal die Falte-Chain-Tür. Oder Falte-Schlüssel? E-Falte-Tür, würde ich sagen. So, sollte jemand diese Video gucken und sagen, hey, du hast dabei, ja noch. 3.20, die offensichtliche Sachen übersehen. Können wir das gerne mal sagen, ich weiß nicht, wie lange man da, wie weit zurücklaufen kann. ... 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 das nächste ist keine draus es gibt auch keine Automap hier was ist das denn? das ist einfach nur ein Buch wie ich nichts anfangen kann was ist denn das? krass entscheide betätigt ich geh mal suchen wo sich was wie bewegt hat so kann ich da durchgehen ok schwimmen ist keine Fähigkeit egal aber schon genug durchläuft kriegt man keinen Schaden sehr gut ich sollte vielleicht nicht so laufen weil es verwirrt mich nur noch mehr jetzt noch von hier aus laden dann könnte man das tun das wäre toll das wäre toll aber ist sehr noch angenehm einfach das hätte ich nicht so laut sagen sollen das hätte ich nicht so laut sagen sollen das hätte ich noch bereuen die Aussage hier weil noch kann ich ja die ganzen Sachen mit der Faust tot schlagen also ok das Licht speichere auch so ich muss erst mal rausfinden wo ich wie schon war ich muss erst mal rausfinden wo ich wie schon war und dann bin ich da kann ich mal im kreis laufen hier hier sind doch fucking wieso wird es denn so dunkel da drin hier ist jetzt hier glaube ich da hinten hat das immer ein Wasser ne ich wundere ich wundere das Licht hält sogar noch im Schlaf raus ich ziehe jetzt aber über die Wände trotzdem mal ab ich kenne mich wie das ist nichts mehr da hinten aber sonst wie es gibt es jetzt scha apa nicht geht es jetzt ich kenne mich hier zwei Wege. Gibt es die schon immer, oder habe ich die jetzt gerade aufgemacht? Nichts genaues Wesem, nicht? Okay, hier war er übrigens noch nicht. Hol doch gleich mal ein Skelett raus. Hallo, junger Mann. Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir sagen, wo ich hier lang muss? Nein. Das ist aggressiv, die Jugend. Was ist denn da? Ah, ein Club. Oh. Moment, ist das? Das ist gar nichts zu essen, das sind Waffen. Ich dachte, das wäre so eine Hülle-Coil oder sowas. Das soll schon echt noch happen. Boah, ich weiß. Ich habe wieder jedermann eine Fackel hier. Für die Notfänge. Das ist eine tolle Fackel. Das war schon ein bisschen hilfreich. Ich habe nicht gesehen, dass die... Das ist gar keiner. Ich habe ihn wieder... Ich habe ihn sicher. Ich habe aber das Messer fisrt. Das verforscht... Und da bin ich gekommen. Das limitiert auch die Möglichkeiten, bis unser Geräber durchgehen. Ähm, das wird doch am letzten Mal nicht funktionieren, oder? Ja, jetzt haben wir hier schon richtige Waffen und so, da können wir doch mal draufschlagen. Wie ich Paranoie diese Wände absuche. Okay, jetzt habe ich auch keine Stücke mehr. Wo muss es jetzt weitergehen? Ja, muss nicht. Wäre gut, wenn. Wäre gut, wenn. Ja, aber der Raum ist schon offen. Also war hier schon. Ja. Ja. Ach, es geht nicht. Ich sehe das gerade. Wenn die Äpfel jetzt nicht. Ich kann hier wieder auf.